Na komm, Mortens Haus. Da ist ne Powerrüstung drin, ich seh's doch. Oh, auch keine schlechte. Wie kommen wir da rein? Meine lieben Zugucker, herzlich willkommen zu Fallout 4. Einem Bugfest. Was geht hier? Wenn ich jetzt da hingehe, werde ich verprügelt, bin ich tot? Nö. Was ist das, Mann? Okay, ich wollte eigentlich nicht rausgehen. Wir gehen wieder... Was ist das für ein Scheiß? Okay. Hey, ich hoffe, das Spiel kackt nicht deswegen ab oder so. Ja? Sieht gut aus, Boss. Ne, ich glaub nicht, dass das gut aussieht. Na gut, komm. Ich hab mir meine alte Powerrüstung geholt und wir gehen jetzt einfach mal... Ist da oben eigentlich was? Jetzt mal ohne Scheiß. Ist da vielleicht irgendwas? Das will ich nur mal kurz sehen bei Brad Burton. Das war ja die Überführung Brad Burton. Aber die ist ja kaputt. So, was haben wir hier? Ach, meine Waffe sollte ich mal nachladen. Einfach, dass wir hier alles haben. Hier das Ding können wir auch nachladen, oder? Ja. Ich glaube, hier war nicht schon so viel, oder? Das ist die Frage, was sagt denn die Map? Die Mapbegrenzung sagt bald gut. Oh, ne Todeskralle. Oh, fuck. Ah. Das ist die erste Todeskralle, die ich hier in Nuka World sehe. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Tschüss. So, gibt's hier... Oh, ja, tatsächlich. Hier gibt's Duff. Oh, nice. Erstmal die Munitions-, Vorkriegsgeld- und selbstziehende Waffe. Fein. Hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich mach mal einen neuen Spielstand zur Sicherheit. Einfach nur, um zu gucken, dass der wegen diesem Bug nicht irgendwie das Spiel abstürzt. Weil Fallout ist gerne mal... Ah, ne? Okay, geht. Geil. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ich kann's nicht in diese Richtung gehen. Das ist mir egal. Ich geh zu hoch und drauf. Und hier ist... Nix. Schade. Ist wirklich nix. Aber da... Da ist ne Stadt. Erstmal wirklich, ohne Scheiß, da ist ne Stadt. Da gehen wir ja sowas von hin. Da ist ein Gebäude. Und da ist ne Stadt. Geil. Wollen wir auf jeden Fall machen. So, wo ist meine Waffe? Hier ist... Okay, was haben wir hier? Was ist das? Okay. Sieht aus wie ne Werkstatt. Aluminiumdose ist natürlich unsers. Klar. Okay, okay, okay. Ich bin... Guck mal, da ist ein Safe. Tja, das ist ne... Cool. Chem-Kühlbox. Die entsperren wir mal. Na. Sehr gut. Ja. Äh. Ist jetzt nicht so viel. Komm weg damit. Getsch hat es gefallen. Sehr gut. Freut mich, dass dir das gefallen hat. Da haben wir hier noch ein Safe. Das wird dir auch gefallen, wenn wir den knacken. Ah. Na komm. Ja. Fein. Das wär's. Oh ja. Hier guck dir den Scheiß an. Sehr geil. Hier war alles mit. Ach stimmt. Mit der Powerrüstung können wir ja so viel tragen. Genau. Da war ja was. Stimmt. Das ist ja unsere Tragedings. Okay. Es ist jetzt die Frage. Sehe ich eigentlich mit der Powerrüstung auch die Corki-Dinger? Oder sehe ich das erst gar nicht? Guck mal. Es gibt hier zwei Städte. Einmal da hinten und einmal da. Eins davon müsste Bradburton sein. Vielleicht ist da auch Rage. Werden wir rausfinden. Werden wir beides rausfinden. Hier ist auf jeden Fall eine Höhe. Krass. Okay. Das ist wie so ein kleines Dörfchen da hinten. Dann. Was ist hier? Was haben wir hier? Oh hier wird geschossen. Warum auch immer. Tattoo-Pflanze. Okay. Na komm. Mortens Haus. Da ist der Powerrüstung drin. Ich seh's doch. Oh. Auch keine schlechte. Wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein? Aha. Aha. Hier ist eine offene Tür. Hier unten. Das sieht man doch. Nee. Das Tor ist verschlossen. Ja. Zugekehrt. Das ist aber kein Problem. Irgendwie muss man da ja reinkommen. Mordens Haus. Jetzt mal angenommen. Geht das da rüber? Nee. Das geht nicht da oben drauf. Das ist zu. Richtig. Hier ist auf jeden Fall die Powerrüstung. Da oben. Das ist zugekettet. Da ist eine Tür. Da kommen wir aber glaube ich gar nicht durch. Kann ich da auch gegen schießen? Nee. Hier gegen? Hm. Hm. Müssen wir uns mal merken. Mordens Haus. Alles klar. Da kommt man bestimmt irgendwie rein. Vielleicht von hier oben? Wird mal sehr interessant. Hier irgendwie übers Springen? Übers Dach? Ich meine es macht ja keinen Sinn, wenn ich... Da ist eine Höhle. Guck mal. Hier ist eine Höhle. Ah. Was haben wir hier? Was ist das? Bin ich zu groß dafür? Hey. Geh mal. Geh mal fort. Oh. Gage. Geh mal weg. Danke. Ich probier's mal. Interessant. Komm ich hier rein ohne Powerrüstung? Also komm ich hier durch? Nee. Schade. Das wär auch cool gewesen. Komm. Gut. Dann gehen wir hier wieder drauf. Gehen wir wieder rein. Ich weiß nicht was... Vielleicht ist das für eine Quest. Vielleicht kommt da auch irgendwas raus. Ja. Das dürfte die Sache ein bisschen anheizen. Äh. Ich weiß es noch nicht. Geh aber auf jeden Fall mal hier oben drauf. Und... Guck mal. Hier ist auch noch ein Zeltplatz. Aha. Eine Gazelle. Patrone. Schmutziges Wasser. Was sagt denn die Karte? Karte sagt, wir sind fast weg. Fast drüber. Ich kann nicht in diese Richtung gehen. Okay. Okay. Komm geht drauf. Na also. Ich wollte nämlich mal gucken, was ich von denen looten kann. Guck mal da unten. Das ist wie so ein Damm. Stark. Okay. Dann. Nehmen wir mal mit. Ich hab grad gedacht, der wär irgendwas im Nebengrund. Im Nebengrund, ja. Im Hintergrund. Okay. So kommen wir nicht in das... Ja, aber durch das Ding ist auch nix, ne? Das ist jetzt wirklich nicht, wie ich da oben drauf komme. Hier oben. Aufs Dach. Nö. Zugekettet. Keine Ahnung. Soll jetzt... Soll mir recht sein. Belizeh nicht die ganze Zeit irgendwie... Ah, Fusionskern entfernt. Aber wir haben immer noch 99. Perfekt. Die Monie nehme ich mit. Was ist das? Uh. Wie so eine Mauer. Ja, es ist einfach nur eine runtergefallene Straße. Ja. Muttergeplumpste Straße. Was ist das? Ist das Brad Burton? Könnte das Brad Burton sein? Würde eigentlich Sinn machen, ne? Hier liegt er für... Sag bitte nicht, dass es Rachel ist. Doch, tatsächlich! Scheiß die Wand an! Wir haben Rachel gefunden. Aber sofort. Scheiße. Ach, Rachel. Ja, ich weiß. Da war ne... Ich weiß, da war ne Sprachnachricht von uns. Hören wir uns an. Wichtig. Netter Versuch, Arschloch. Aber ich stehe noch. Wichtig. Wir stehen beide noch, Tiki. Okay. Dann lass uns das mal anhören. Ich glaub, das war's. Ich kann nicht mehr. Scheiße. Ich spüre, wie es mich übernimmt. Scheiße. Nein. Du musst noch ein bisschen durchhalten. Oswald, tut mir leid. Ich hab überall danach gesucht. Aber es gibt kein Heilmittel. Überall haben sie gesagt, dass wir Ghule irgendwann wild werden und man nichts dagegen tun kann. Vielleicht waren es die Nebler. Kann nicht. Ach nö. Ich weiß, du wolltest das nicht, aber ich will nicht mehr jeden um mich herum angreifen. Also habe ich begonnen, dem selbst ein Ende zu setzen. Ich weiß nicht warum du nicht auch betroffen bist. Aber wenn mit dir noch alles in Ordnung ist, dann zieh weiter. Verlass, New Coward. Du kannst dir da draußen ein neues Leben aufbauen. Es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Ich liebe dich, Oswald. Ich wünschte, ich hätte das vorher gefunden, bevor wir Oswald gefunden haben. Aber wir waren nett. Wir haben ihn auch nicht platt gemacht. Also wir waren auf dem richtigen Weg. Wir waren nett. Wir haben es so gemacht, wie es sein sollte. Können wir hier gerade noch mal ein bisschen looten. Können wir hier Brad Burton gerade mal ein bisschen durchgucken, oder? Sind hier Gegners? Oh ja, tatsächlich. Ach so, warte mal. Wir haben doch hier auch noch eine Waffe aufgenommen, gell? Ich kann nicht schnell reisen, mein Fein. Wollte ich doch auch gar nicht, Mann. Wo ist denn hier unser... Schwertes Wunder. 81 Schaden. Leck mich am Arsch. Gib mir... Gib mal her. Nice. Wo ist er denn? Wo sind denn die Gegner? Wahrscheinlich draußen, nehme ich an. Hä? Entschuldigung, Digi. Sorry. Aber dann können wir den... Äh. Verbesserten Safe auch mal aufmachen. Und dann gehen wir danach direkt mal hoch und gucken an, was wir da finden. Und was gibt's hier? Na, jetzt hab ich Patronen aufgenommen. Egal. Äh, Pistole meine ich. Jetzt hab ich die Pistole aufgenommen. Verdammt! Alter, der hat... Die halten viel an. Ah. Oh, der... Der ist nicht so. Der ist direkt umgegangen. So, das Schwert gefällt mir. So, gibt's hier irgendwas, außer die Tür hier. Tatsächlich, hier gibt's... Hier könnte man noch hoch, aber... Kann man da... Kann man da hoch? Äh. Nee, 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 nee. Das geht nicht. Springt mal gegen ne... Äh, gegen ne unsichtbar... Alter, what the fuck, man! Was... Was... Scheiße! Seid ihr die... Ich weiß nicht, was ihr seid. Was soll das sein? Man in Black gefühlt, oder was? Was sollte das? Ein Alien da vorne sein? Fuck! So ein bisschen hat mich das schon erschreckt, gell? Ja, tschüss! Mensch! Ja, ich weiß, der Affe! So, was haben sie mit dem gemacht? Und aus welchem Film ist das? Okay, den hat's... Ja, gut, kein Problem. Gibt's hier noch irgendwas cooles? Nee. Klebeband nehme ich aber mit. So. Dann war das das. Huch! Ach, du bist hier so einer, ja? Nein, komm her! Na, komm, mit nem richtigen Wuchter. Geht doch! Wunderbar. Ah, Spielzeugauto. Spielzeugauto können wir gebrauchen. Haben wir hier noch irgendwas? Da hinten sind doch Gebäude. Ich will das, wie gesagt, hier alles erkunden. Der lebt, den hab ich gesehen. Und tschüss. Aber ich glaub, das war's, oder? Ah, ne, da oben ist einer. Hey! Du und ich. Kleiner Sack. Ja, das ist super, super spaßig. Ich, äh, freu mich riesig. Das... Äh. Ich bin mir aber nicht sicher, ob's das jetzt hier schon war. Ich find's aber krass, dass wir... Ja, doch, du siehst alles. Da, 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 da sind noch welche. Da war keine Tür. Da. Und tschüss. Ja, ich ebenfalls. Können wir hier mal ein bisschen rumlaufen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Ghul, 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 Ghul. Oh, tschüss. So, haben wir hier irgendwas cooles drin. Tatsächlich Plasma-Kartusche als Herr mit dem Scheiß. Und die Kronenkorken auch. Die Kirche. Können wir da rein? Ach, guck mal, hier ist noch ein verbrannter Ghul. Tschüss. Scheiße. Oh, der ist stark. So. Auf den Kopf. Ah. Boah, aber das sind echt sauviele Erfahrungspunkte, die wir da kriegen. Richtig geil. Komm, ist da, ist daneben hier was? Das wär auch echt schön. Ja, ich hör doch schon wieder was. Ah ja, komm. Tschüss. Nee, hier ist... Warum ist hier kein Eingang? Jetzt mal ehrlich, warum ist hier kein Eingang? Der müsste doch wenigstens mal zu sein. Ah ja. Nee, das... Hä? Ist doch beides kein Eingang. Weder von vorne noch von hinten. Ah. Strange. Aber gut, soll mir recht sein. Okay. Dann gehen wir nochmal hier. Eigentlich sollte ich mal zwischenspeichern. Das hab ich die ganze Zeit nicht gemacht. Ähm. Ja, krass. Da haben wir Rachel gefunden. Wie gesagt, ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst, bevor wir Oswald gefunden haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir schon alles hier... Da ist noch ein Haus, wo wir reingehen können. Ab, ab, ab. Ich häng fest. Ja. Zu mehr oder weniger. Hi! Wer will hier auf die Fresse? Keiner. Nugelschale. Nehmen wir mit. Geben die Nudelschale. Geht's gehe weg. Das Lichtschalter. Da bringt aber nichts. Ähm. So, wie es... Supergornix. Tatsächlich. Das hat sich... Ah, gut, komm. Damit auch wenn wir hat er mal eigentlich gar nicht mehr brauchen. Komm. Ähm. Ja, supi. Da können wir doch eigentlich zu diesem Red Rocket Ding gehen. Ähm. Oh, ist hier da. Oh, ist hier da. Hier. Darüber. Zu diesem. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ich dachte gerade, da oben wäre eine Lichtquelle. Nuka World Radio gefunden. Komm, lass mal anmachen. Okay. Ach, tatsächlich. Ich habe mir was gefunden. Und ich befürchte, dass ich dafür wieder Urheberrechtsverletzung bekomme. Ein Part habe ich das tatsächlich gekriegt. Oh, hier gibt es sonst nix, oder? Außer hier das Ding. Durchsuchen. Er ist mir jetzt mehr Nuka World mit Energie. Fuck. Hm. Okay, wir machen mal mit dem E-A-A. Danke. Okay, krass. Was haben wir hier? Radio Freedom. Oh, fein, die fein. Ich befürchte aber, dass ich hier... Ich befürchte, dass ich hier Urheberrechtsverletzung begehe. Von Fallout. Das will ich jetzt nicht. Will jetzt kein Problem kriegen. Deswegen muss ich es leider ausmachen. Es tut mir leid. Meister. Ehrlich. Oh, da muss aber was Geiles drin sein. Komm, das werden wir rausfinden. Na also. Was gibt es da? Geschafft. Wow. Das war ja so. So oder so. Ist das nach all der Zeit noch nützlich? Na klar, das ist immer nützlich, Digi. Aber das war jetzt... Hm. Ich habe mir weitaus mehr erhofft, tatsächlich. Aber gut. Dann gucken wir mal bei der Karte. Hier ist auch noch das Ding. Das versuchen wir auch gerade noch mal zu holen. Was sagt denn die Uhr? Was sagt denn der Part? Jo. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall noch entdecken. Gibt es da hinten... Guck mal, da hinten gibt es ja auch... Was? Da ist so... Alter, wie geil. Wie geil. Okay, erstmal speichern, Sicherheitshalber. Und dann... Ah, es ist so der Wahnsinn. Was ist... Kommen wir da... Kommen wir da links rum? Nee, ne? Nee, aber hier durch das Tor kommen wir. Dann können wir doch hier durch... Die Anlage-Dingsen, oder? Guckt mal, hier einer an. Da komme ich nicht rein. Aber hier ist... Alter, wie krass. Guckt euch das an, wie fucking riesig das ist. Geht das Tor auf? Die Abfülleinlage, tatsächlich. Das ist die Abfülleinlage. Müssen wir uns auf jeden Fall... Müssen wir uns auf jeden Fall mal holen. Was ich jetzt noch kurz machen will, ist... Äh... Hier. Nein. Nichts verbotenes Wissen. Da. Hier. Die Galactic Zone. Und hier. Kitty Kingdom. Ja, komm. Ich will mir das mal... Ich will mir mal die Beute abholen. Ich will nur mal wissen, was da ist. Und warum die... Das eingenommen haben. Beziehungsweise, was wir dafür kriegen, wenn wir das einnehmen. Und die Frage ist jetzt... Können wir das dann immer einnehmen? Also abholen? Oder jetzt nur einmalig? Oder wie wird das da sein? Das möchte ich halt gerne wissen. Deswegen gehen wir da kurz hin. Gucken uns den Spaß an. Und da mache ich auch schon einen Schnitt, meine Lieben. Ein Schnittchen. Man kennt's. So. Wo ist das jetzt? Es ist schon wieder Nacht. Ich mag das nicht, wenn's Nacht ist. Wirklich nicht. Aber guck mal, hier sind die... Da. Alles klar. Ah. Guck mal einer an. Okay. Ich erschossen werde. Achtung. Eine Durchsage. Hier würde man es nicht mal kommen. Die heutige Vorstellung von Corki O und Flaschi A beginnt in etwa 5 Minuten. Okay. 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 Ich verstehe. Ich verstehe voll und ganz. Ja. Gut. Dann haben wir das ja hier. Und dann wird das bei dem anderen genauso sein. Was hätten wir denn so als Quest noch zu machen? Sammle Park in Sternenhimmel. Vault-Tag. Große Tür. Sichere die Apfelanlage. Krass, Alter. Es ist echt noch sauviel, was wir machen müssen, gell? Jetzt mal bei aller Liebe. Es ist wirklich noch sauviel. Die Welt der Erfrischung. Ich hab die Nuka gefunden. Muss sie sollen in dem Bereich zu sichern. Die Nuka. Ah ja. Okay. Warenverteidigung einmal. Ne. Hm. Findet ihr die verstockten Corkis? Ja, eigentlich haben wir aber tatsächlich wertvolle Medaillen kommen. Dann machen wir das doch als nächstes, oder? Ja. Da haben wir so weitgehend. Was ist das? Nuka World Red Rocket. Ah ja. Okay. Ich verstehe. Brad Burton. Da waren wir. Und da oben gibt es bestimmt auch noch was. Müssen wir alles. Werden wir alles rausfinden. Krass hier. Try. Es ist so groß, was wir hier noch alles finden können. Ich glaube, da oben war da auch noch was, oder? Das Kraftwerk. Aber das bringt uns nichts. Ja. Dann werden wir uns auf jeden Fall, wenn wir das mal entdecken. Und danach, ja, gucken wir mal. Aber, wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Schnitt, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann passt euch auf und bleibt gesund. Haut rein. Tschö, tschö.